ich muss mich als freunde zufügen begleiten wir den mal ein bisschen er soll die mörser mal ein bisschen schneller bauen wo will der die hinbauen lass mich raten da oben auf dem berg aber die ganzen viecher so typisch wär doch raum für dich oder nicht die du killen könntest ja mann ich wollte nicht draufhauen na geht doch uff uff sagt er ab zum nächsten mörser weiter na war mir so klar er ist verteilt und dann angreifen wieder hin letzte mörser komm schon lass knacken opi hotfuck ist doch warm dann kommt noch einer wer ist das denn eisendegion soldat kommt er dann plötzlich her ach jetzt steht überall ah ok ok machen wir Ende gelände hier jawoll na wieviel punkte gibt es dazu oh ja doch wird das hier unten eigentlich immer mehr von erfahrung weil ich habe jetzt hier 2,2 millionen wieviel hast du unten ja wird das immer mehr es wird immer mehr desto höher die stufe desto mehr wird es aber ich habe zum beispiel jetzt bei meiner 3,8 ja super ah jetzt müssen wir verteidigen ja dann müssen wir den ja auch noch beschützen platziert den sprengstoff das ist ja blöd passt doch an blöd ich will nicht dass es mehr kostet ist ja jetzt schon viel zu viel was ich da hat man doch wenigstens was zu tun bitte sowas nennt sich heute Gegner nein du hast dich gerade Gegner genannt er hat ihn auf den Kopf gehauen er hat ihn auf den Kopf gehauen passt doch gerade aus als hätte er ihn auf den Kopf gehauen so da kommen die Mörser ähm oh bombe ok ok wieso ich ihn jetzt beschützt warum jagt denn die Alba rot die Bombe lässt mich heran ich mach den Rest kein Thema da wo ist der jetzt hin wo wird der Hetz hin und geh wieder zurück NPC und sag zu dass du die Bombe legst Ja genau, lauf in den roten Kreis, so muss das sein. Stimmt schlau. Drei Stück will er legen, ach du alter. Da gehen wir ja relativ easy hier, wenn wir nicht wirklich starten. Komm, Hammer brauchst du nicht mehr, seh zu, dass deine Bombe legt, Collager. Man, 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 du. Fast fertig. Fast fertig, sagt er. Muss aber erst noch einen halben Kilometer um den ganzen Bau rumlaufen und nächste Bombe zu lösen. Guck mal, hier kommen wir doch rein. Hier kommen wir direkt herum. Ah, wir legen lieber jetzt, wenn wir kommen. Rico, du kennst das Sprichwort. Erst die Bomben, dann das Vergnügen. Ja, Mann. Oh, jetzt kommt der Abhut ist er. ich bin zu langsam mit meinem Schlag Verteidigung erledigt Jetzt geht es ab hier für eine Mark Ich muss nur noch die Typen ausschalten Wow Das hat weh getan, der hat meinen Zauberer dabei Das ist wirklich toll Nein, nicht wiederbeleben Na geil Das könnte schmerzhaft werden So, dann nehmen wir den Typen hier mal wieder Ich bin echt voll bereit seid ihr hier BAMS Was geht hier eigentlich von innen, ne? Also, muss man ein paar Events machen und schon hat man fast wieder dasselbe Folge Wo ist denn der Boss? Hier soll irgendwo ein Boss sein Da oben Warte auf mich, nehm ich ihn mit Ok, fahrs weiter Ah, wo ist der Knallkopf? Jawoll Jede Ich bin hier Läuft Und der Typen knochen war auch noch dabei Autsch ouch das hat weh also wenn du hier diesen diesen punkte noch nicht hat es hier ist nämlich ein ding ist drin warte mal was auf der karte ist äh man spricht hier hier unten hast du den punkt ähm was für meinen heldenpunkt jaja ah ok ich bin grad hier oben klubschen ok pack grad noch mein zeug weiter jetzt endlich helfen braucht ihr mir nicht ich brauchte mich nicht ach du bist da oben links warst schon auf der rechten seite auf der rechten seite aber du meinst meinst hier jaja da ist die instanz hab schon gesehen dieses symbol hier ist das ein instanz jaja also läufst du jetzt von hier los gehst hier rum gehst da oben du gehst da oben ich werde aber hier weitermachen fängst hier so ein event an läufst hier weiter und dann nicht ich würde gerne mal wissen wie ich reinkomme weil ich glaube da oben läuft gerade das event für den dungeon so wie ich das sehe wird grad umgekämpft weil ihr wirklich in das verlies ran weil ihr wirklich in das verlies ran ja das stimmt ja es geht also wir kommen damit eigentlich ganz gut klar du kannst ja hier die karte ein zeichnen kann ihn ja fragen was hat er was hat er nicht und ja da oben links also wenn du jetzt hier rum gehst da hast du hier noch einen teleporter ja aber ich versuche ja gerade den teleporter zu erreichen aber der bin ich kann er nicht rein da ist das ding zu ja wenn es umkämpft ist scheiße dann musst du erst das event machen damit das offen geht da ist kein event da ist kein event da ist kein event da ist kein event ich glaube das event das startet irgendwo weiß ich gar nicht mehr wo das startet ich glaube entweder hier oben oder da in der ecke dann muss das event das hier ist ein event ja das kann sein von da aus geht es dann weiter halt das zieht sich dann durch die ganze karte bis bis hinten rüber zu den stunts und dann geht es dann weiter ach ne quatsch stimmt nicht hier ist das event sorry sorry den erreicht man auch so lese ich gerade im chat äh wie heute auf den berg jumpen das kann sein wir wollen den berg jumpen du seid in der gut ich komme julian den verrückten könig müssen wir auch noch machen heute haben wir heute noch garnicht gemacht ich hab an der mauer stehen ok vielleicht dann hier irgendwo jetzt hat alles klar danke aber ich stand hier die ganze zeit schon rum und die ganze zeit hier ein und ausgelaufen jetzt noch mal hin und es geht auf einmal läuft vielleicht war ich nicht genug kann sein hier oben ist ein bisschen vielleicht musste ich erst mit 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 dem taun kuscheln ich bin jetzt mal ein bisschen besser als ich auch schon sehe ich glaube da bin ich da auf der fliege WTF in das Eis? Ja. Muss hier Klapp rein. Das Greifen ist geil, ne? Ja. Da kannst du Leuten so auf den Sack gehen. Ja man. Vor allem PvP ist das böse. Er will weglaufen.